Hey, ich bin Valentina von Unique Fitness. Vielen lieben Dank für die Buchung deines Probetrainings. Bitte liest dir die Hinweise durch, die wir in deiner E-Mail geschickt haben und frag ruhig nach, falls du Fragen dazu hast. Ansonsten bitte, bitte, bitte eine Sache. Sollte dir irgendwas dazwischen kommen, du deinen Termin nicht wahrnehmen kannst, dann stornier bitte den Termin, sodass andere auch eine Möglichkeit haben, zum Probetraining zu kommen. Link dafür findest du auch in der Bestätigungs-E-Mail. Wir sind in der Franzstraße 40. Wichtig, bitte nimm die Tür mit einem Horn drauf. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.